Die Menschen sind ja so leicht abzulenken. Ich bin die Ablenkung mit einer Geschichte. Die Menschen kriegen nie genug, weil sie wohl sich selbst in den Geschichten sehen. Wir alle stehen gern im Mittelpunkt, solange wir den Menschen in den Geschichten ähneln. Aber nicht zu sehr. Jetzt wird's ernst. Ich bin Buster. Buster's Crux. Funktioniert dein Schießheißen? Es hat einen Anschein, ja. Hast du noch was zu sagen, bevor wir das Urteil vollstrecken? Urteil? Wie lautet das Urteil? Hier im Westen eskalieren die Dinge gern mal. Mein Name ist Ozymandias, à la Könige König. Dieser Mann ist mir ein Reiz. Wir werden es ja sehen, nicht wahr? Es ist verrückt. Das erste Mal? Und' das nächste Mal? Vielen Dank.